Musik Na ihr Süßen, ihr kennt doch sicher auch diese Momente so kurz vor Geburtstagen oder Weihnachten, wenn ihr total verzweifelt nach Geschenken sucht, man hat oft überhaupt keine Idee und dann sucht man und sucht man und läuft von Shop zu Shop und endet dann total verzweifelt an seinem Laptop und hofft im Internet etwas zu ergattern. Aber wo? Es herrscht eine so große Vielfalt an Internetjobs und wenn die Idee fehlt, dann bringen nicht mal die was. Irgendwann ist man total übermüdet und verzweifelt und man hat keine Lust mehr. Und ja, es gibt dann auch wirklich so Momente, wo man fast vom Laptop einschläft oder ihn am liebsten aus dem Fenster rauswerfen möchte, weil man kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Ja, ich gebe es zu, so ging es mir auch schon. Das ist völlig in Ordnung. Und dann enden meistens solche Käufe so, dass man sagt, man kauft was, obwohl das Geschenk gar nicht passt. Ich hatte das Glück, dass ich in einem besonderen Shop ein ganz tolles Geschenk gefunden habe. Und zwar handelt es sich hier um Breadbag, eine Geschenkeseite, sage ich mal, auf der ihr verschiedene Arten von Gegenständen erwerben könnt. Ja, bei Null Idee kann man den Geschenkefinder benutzen. Da kann man dann das Geschlecht, die Preisklasse und verschiedene Unterkategorien auswählen. Ich hatte mein Geschenk in der Kategorie Fashion Victim, ja, und Technikfreak gefunden. Wirklich, wirklich eine sehr coole Idee. Und wie ihr jetzt auch sehen könnt, gibt es da alles Mögliche, ja, also von Lipbalms über Leggings, ja, über Technik-Sachen. Also es gibt ganz viele verschiedene kreative Ideen. Ob man sie braucht oder nicht, darüber kann man streiten. Man kann auch auf Geschenke-Ideen klicken und kann da dann nach Personen suchen. Zum Beispiel hier gibt es die Tierliebhaber. Wenn ihr da drauf klickt, dann findet ihr Geschenke für Tiere und für die Tierinhaber, sage ich jetzt einfach mal, ja. Genauso gut könnt ihr zum Beispiel einfach für Kinder suchen. Da findet man dann so ein paar verschiedene interessante Geschenke, auf die man vielleicht auch so nicht kommen könnte. Oder man nimmt die personalisierten Geschenke. Da gibt es zum Beispiel eine Karte mit Sprachaufzeichnung. Also alles sehr interessant. Ich würde sagen, ihr solltet euch mal reinklicken. Und ich habe mir Pumps ausgesucht. Und wisst ihr, was diese geilen, roten Pumps können? Musik. So, das war mein kurzes Video. Und das ist eine Geschenke-Idee, die ich wirklich super cool finde, weil es für Freundinnen oder Schwestern einfach wirklich eine coole Idee ist. Und wenn man weiß, meine Freundin, die mag zum Beispiel Beauty oder einfach Pumps gerne, dann ist das eine sehr originelle Idee. Okay, ich zeige euch nochmal meine neuen Pumps in der coolsten Red Velvet Farbe, die es gibt. Und zwar sehen die wirklich hier so aus. Ich habe sie euch gerade schon im Video gezeigt. Und ich muss sagen, als ich die Schuhe auf der Seite gesehen habe, war ich wirklich überwältigte und dachte mir so geil. Oh, sehen die toll aus. Als ich dann das Paket die Tage bekommen habe, war ich noch begeisterter, weil es einfach ganz, ganz tolle Schuhe sind. Es ist ein ganz tolles Rot, was wirklich super krass in die Augen sticht. Und es sieht einfach aus wie ein echter Schuh. Und das finde ich einfach sehr cool. Vor allem für uns Frauen. Ich finde teilweise, dass immer diese Computertische so ungemütlich aussehen. Ja, einfach so nach Arbeit. Und ich finde, für Frauen, die vielleicht ihren PC oder den Laptop wirklich in ihrem Schminkzimmer hat, da passen die dann natürlich schon hammergeil auf den Schreibtisch. Und ich muss sagen, der Sound ist auch echt super. Also da rauscht nichts oder es hört sich nichts komisch an. Hilft euch nur bedingt, die ganze Depression ist doch gar nicht nötig, denn alles ist möglich. Alles ist möglich. Bis mitten im Leben, alle Türen stehen dir offen. Wir haben alle nichts zu verlieren und wollen diese Bühnen rocken. Fick, wenn du mal falsch liegst, ist es doch gar nicht so schlimm. Denn nur im Auge des Betrachters ergibt alles ein Sinn. Der Sound ist ganz klar und einfach vollkommen in Ordnung. Und für mich auf jeden Fall eine super Geschenksidee. Ihr bekommt das bei Red Bag. Ich verlinke euch alles unten. Das war auch innerhalb von ein, zwei Tagen war das da. Also das ging ganz, ganz schnell. Und vielleicht ist das ja was für eure Freundin, für eure Schwester oder eure Mutter oder eure Kollegin. Was weiß ich. Aber auf jeden Fall von mir 10 von 10 Sternen. Hammergeil. Wie gefallen euch diese Schuhe denn? Findet ihr das irgendwie kitschig oder findet ihr die Idee cool? Also von mir auf jeden Fall, wie gesagt, 10 Punkte. Und ich werde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Weil für Frau ist das irgendwie auf dem Schreibtisch ein Muss. Freut euch auf die nächsten Videos. Ich werde jetzt nach und nach immer ein paar Geschenkideen bringen. Denn ich habe so viele tolle Produkte gefunden. Und ich denke, man kann das gerne mal miteinander teilen. Denn oft sitzt man wirklich vorm PC und hat keine Ahnung oder einfach keine Idee. Und so ein kleiner Schub nach vorne bringt einem oft vielleicht was. Und dann hat man auch einfach ein Produkt, wo man sagt, Mensch, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Also freut euch auf die kommenden Videos. Es werden ganz, ganz tolle Produkte und auch viele tolle Do-It-Yourselfs dabei sein. Ich freue mich und ich verabschiede mich jetzt in den Abend und bei euch. Wir sehen uns dann die Tage. Macht's gut. Eure Sandra. Ciao.